Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier vom Skytech-Server. Ihr hört schon im Hintergrund, wir sind wieder bei unserer Goldfarm und die ist jetzt endlich fertig. Für uns ist heute auf dem Programm etwas ganz Spannendes und zwar wollen wir den ersten Shop eröffnen. Ich habe mir den schon bei uns im Chat geclaimt und zwar soll das der Goldshop werden. Wir waren die ersten, die eine richtig krasse Goldfarm hier gebaut haben und genau deshalb wollen wir das Gold auch hier auf dem Server verkaufen. Und das müssen wir natürlich als allererstes einmal farmen. Und dazu war der Josef so nett und hat hier eine ziemlich komplizierte Technik gebaut, nenne ich das mal ganz freundlich. Die dafür sorgt, dass die Items, die hier runterfallen bzw. als Drop rauskommen, aufgesammelt werden und automatisch hier in die Kisten sortiert werden. Hier vorne in der Kiste landen dann zum Beispiel die Ingots, hier vorne landen die Nuggets und hier in den Kisten auch. Köpfe werden auch gesammelt und das ist schon recht kompliziert. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut mal beim Josef vorbei. Wir schmeißen die Farm jetzt aber als allererstes gleich einmal an, um noch mehr Goldblöcke zu farmen, die wir brauchen, um unseren wirklich epischen Shop zu bauen. Und ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird und kann euch nur empfehlen, unbedingt dran zu bleiben. Bevor wir das machen, müssen wir aber noch einen kleinen Fix hier in der Farm machen, also eine kleine Reparatur. Und zwar, ich schlage hier nochmal die Burschen, dass die hier nochmal aggressiv auf mich werden. Die Farm läuft jetzt nebenbei noch nicht, das heißt, es wird noch nicht aufgesammelt. Aber, ihr seht, wenn die hier hingerannt kommen, ist es so, dass die sich hier an der Stelle gegenseitig runterschießen bzw. schieben. Das will ich ein bisschen verhindern, ich muss hier noch ein paar Zäune hinsetzen. Das heißt, im ersten Schritt, bevor wir gleich mit dem Shopbau beginnen und hier ordentlich Gold farmen, müssen wir als erstes einmal hingehen und hier die Farm entladen, dass die Pikmen bzw. Zombie Fight Pikmen nicht mehr sauer auf mich sind und wir einmal kurz die Holzzäune setzen können. Dazu renne ich jetzt mal kurz weg. Vor und zurück sind wir jetzt hier ganz fleißig gerannt und das Ergebnis ist, dass jetzt hier die Monster nicht mehr sauer auf mich sind und erst wieder sauer auf mich werden, wenn ich die hier schlage. Um das hier ein bisschen jetzt sicherer zu machen bzw. zu verhindern, dass die Burschen sich hier runterschieben, gehen wir jetzt mal hier hin und setzen hier einfach mal so eine Art kleine Balustrade hin. Die sollte verhindern, dass sie sich hier runterschieben. Ich mache es nochmal in dem Bereich in zwei Blöcke hoch und dann müssen wir jetzt gleich, okay, die Holzsorte war doch eine leicht andere, nicht ganz so schlimm, müssen wir gleich mal hingehen und gucken, dass wir hier die nochmal aggressiv machen. Sollte jetzt sicherer sein, das testen wir jetzt auch mal. Wir nehmen uns jetzt mal hier unseren Bogen, zielen mal auf den Burschen und jetzt sollten so hoffentlich alle zu uns rennen. Das sieht gut aus, das heißt der Pathfinding Mechanismus funktioniert. Und auch hier, wir gehen vorne an die Druckplatte, schalten hier erstmal die ganze Technik an. Die Minecarts sammeln dann hier alles auf und jetzt können wir hingehen und die schlagen und dann spawnen neue nach. Das mache ich jetzt mal kurz hier. Noch 3, 2, 1, 0. Schläge, hüpfen wir jetzt mal hier rauf. Wir sehen, es laufen neue nach und sehr gut. Die schieben sich nicht runter, das heißt das Ziel ist erfüllt. Die Farm ist dann damit offiziell fertig, würde ich sagen. Hier drauf zum Glück können keine Ghasts spawnen. Das ist ja alles Ghasts spawnproof, dadurch, dass hier Redstone Technik, Schienen oder Halfslaps drauf sind. Und jetzt gehen wir einfach hin und ich würde sagen, nutzen die Farmer für 10 Minuten. Die Kisten waren vorher leer gewesen und schauen dann mal, was wir hier an Loot rausbekommen. Und ob das für uns reicht, um unseren Goldshop hier standesgemäß zu dekorieren. Und vor allem das erste Mal dann auch mit Items und Gold zu versorgen. 10 Minuten sind um, Level 100 ist erreicht. Also echt crazy, was man hier auch an XP bekommt. Wir schalten die Farm aus und jetzt dauert es 30 Sekunden, bis sich die Tür öffnet. Okay, jetzt schauen wir aber als erstes mal in die Kisten rein und wir haben, joa, 1,75 Stacks an Goldingets bekommen. Aber das ist nicht alles, denn, okay, hier sind auch noch Goldingets drin, aber hier sind noch viel mehr Goldingets drin. Warte mal, die tun wir mal hier rein, Nuggets sind hier drin und das sind jetzt ungefähr auch nochmal 5 Stacks Goldingets, die wir zusätzlich nach 10 Minuten mit hinzubekommen. Und hier vorne sind noch mehr drin, das ist eine Overflow-Kiste, wenn die hier schon das nicht mehr aufnehmen kann. Das heißt, wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, ungefähr 8 bzw. 9 Stacks Goldingets haben wir bekommen, was ziemlich viel ist. Ich crafte das mal kurz zusammen. Alles zusammen sind es knapp ein Stack an Goldblöcken, die wir hier rausbekommen. Ein bisschen was fehlt noch, also echt eine ganz schöne Menge. Wenn wir jetzt den Kram, den wir vorhin hier schon mal beim Bau hier mit hinzunehmen, haben wir dann jetzt hier insgesamt 2,5 Stacks. Das sollte jetzt erstmal relativ gut sein, damit wir hier unseren Shop erstens halbwegs ausrüsten, aber zeitgleich auch ordentlich designen können. Und das nehmen wir jetzt mal mit, verlassen den Farmbereich und begeben uns zum Shopping-District und schauen mal, was da bisher so alles ist. Im Shopping-District angekommen, habe ich jetzt schon die Items hier rübergebracht und wir haben eine ziemlich geniale Idee, muss ich sagen, was wir hier bauen wollen. Dazu gleich mehr, wir schauen aber erstmal rein. Es gibt jetzt hier den großen Redstone-Shop vom guten Spark hier, sehr schön gemacht. Redstone kann man hier kaufen, also alles ringsherum, was damit zu tun ist. Sehr, sehr cool, sehr schick gemacht. Dann haben wir als nächsten Shop den Shop hier vom lieben Krokodil, dem lieben Krokodil Andy. Der verkauft hier Deko bzw. Aufträge. Man kann ihn hier beauftragen, etwas schön zu machen. Tut einen Zettel da rein. Ich glaube, ein Auftrag liegt aktuell nicht vor. Eventuell können wir ihn ein bisschen um Hilfe bitten, unser Teil zu verschönern, falls er das heute hier in der Folge nicht so ganz hinwegstellt. Dann haben wir, glaube ich, als letzten aktiven Shop, das da vorne ist nicht wirklich in Benutzung, hier noch den Shop vom, ich glaube, Cast. Der verkauft Emeralds bzw. ein Netastar für Emeralds, auch sehr cool, also für Beacons. Das heißt, drei Shops sind hier, im Gegensatz zu Craft Attack, nicht wirklich viel. Und wir wollen jetzt unseren vierten daneben bauen. Der vierte Shop soll so sein, dass wir ein Luftschiff bauen. Wir haben Gold. Gold haben Piraten, also Arrk. Okay, das klang nicht gerade sehr Piraten-mäßig, dieses Arrk. Die haben natürlich immer einen Goldschatz dabei und unsere Idee ist, wir sind hier in der Luft, wir bauen ein schwebendes Luftschiff. Ähnlich wie wir das vielleicht ein bisschen bei Craft Attack gemacht haben, bloß dass es am großen Ballon hängt. Und wir haben ein, zwei Herausforderungen, die wir beachten müssen. Ihr seht es zum Beispiel an diesem Shop, am Shop vom Kroko und vom Spark, die sind nicht sonderlich groß. Das ist dadurch reglementiert, dass man maximal 22x22 Quadratmeter oder Blöcke hier in Minecraft an Shopgröße haben darf. Das heißt, wir können das ein bisschen länger und dünner dafür machen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir hier darauf angewiesen sind, die Größe nicht zu überschreiten. Das heißt, wir müssen ein gutes Zwischending finden, was halbwegs gut ausschaut. Ich habe mir schon mal Wolle genommen, die Farbe, die wir nehmen wollen für den Ballon, wird weiß-schwarz-rot sein. Also die Farbe, die mein Skin auch hat, sieht hoffentlich ganz cool aus. Aber als erstes müssen wir jetzt einmal hier ein kleines Biom bauen, meiner Meinung nach. Ich mache das so ähnlich wie der Kroko hier vorne, was wir custom-mäßig gestalten und darüber lassen wir dann das Schiff schweben bzw. landen und binden das dann schön fest. Ich würde sagen, ich fange mal an, erstmal hier das Plateau zu bauen, hoffentlich mit der nächsten Folge, diese noch nicht, auch mit der Replay-Mod. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal hier und bauen erstmal hier so ein Standard-Basic-Biom, was ungefähr die Größe hat von, ja, was machen wir, 30x16. Die Grundplattform steht, ihr seht, wir machen jetzt hier ein Custom-Biom, was hoffentlich ganz cool aussieht. Gut, und wir müssen jetzt hier natürlich erstmal den schönen Moss drüber kriegen, das Moss drüber kriegen. Deswegen setzen wir jetzt hier mal einen Block rein und jetzt sollte ich eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht einen ganz dummen Fehler gemacht habe, hingehen und das hier relativ easy, ja, sehr schön erweitern können. Das wächst auch ganz cool, das sieht gut aus und jetzt können wir das hier mal so ein bisschen drüber spreaden. Ich mache es nicht überall, ich lasse es an ein paar Stellen offen. Ja, sehr gut, jetzt ist es wahrscheinlich gleich doch überall, das Gras will ich nicht wachsen lassen. Hier noch ein bisschen, hier noch so ein bisschen, aber ein paar Kanten können wir zum Beispiel hier offen lassen, sage ich mal, damit man hier noch so ein ganz bisschen erkennen kann, dass hier noch der Stein drunter lauert. Finde ich von der Optik gar nicht so schlecht. Und das Design ziehen wir jetzt hier überall mal drüber. Sehr schön, wie heute meine Aussprache wieder ist. Und jetzt, zack, geht es hier entlang und dann können wir gleich hier das Grünzeug ein bisschen runter machen und mit dem Bau unseres Piratenschiffs beginnen. So sieht die ganze Schurse jetzt von oben aus, eine schöne natürliche Insel und darüber soll jetzt hier unser Luftpiratenschiff oder wie auch immer man diese verkehrte Konstruktion nennt, landen. Yes, das heißt, wir bauen das erstmal ab. Ich habe die Holztöne schon mitgenommen und wir fangen auch hier von unten nach oben an. Erst das Schiff, dann darüber den Ballon oder zwei Ballons, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber das setzen wir jetzt mal hier hin. Wir nehmen von den Holztönen erstmal alles hier rein an Blöcken wieder und nehmen uns dann einfach wahrscheinlich hier normales Holz und Spruce Holz. Gefällt mir von den Farben einfach am besten. Das tue ich mal hier rein, die kleinen. Und dann können wir damit einfach mal loslegen. Wird jetzt ein bisschen Try and Error werden, orientiert sich so an dem Wikinger-Schiff, was wir schon aus Craft Attack kennen, was wir beim Ork und dem Troll gebaut haben, beziehungsweise beim Kroko. Und das werden wir jetzt hier schwebend drüber bauen. Die Frage ist, wie hoch? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen es so, dass es mit dem Kiel, Kiel ist glaube ich der Teil nach unten. Also ich bin nicht der Experte, was jetzt hier die Schiffsbegriffe angeht, also was links und rechts ist, Backbord, Steuerbord, das kann ich euch jetzt nicht ganz genau sagen. Aber wir machen es so, dass wir das jetzt hier drei Blöcke drüber schweben lassen und dann überlegen wir uns genau, wie wir das hier im Detail machen. Der Grundbau des Schiffes steht und ich kann euch sagen, es dauert wesentlich länger, so ein Piratenschiff sich so mal zu designen, als ich es angenommen hatte. Allein die Spitze und das Heck oder Bug und Front oder Bug und wie auch immer die Begriffslichkeiten für die Schiffe sind, stehen soweit. Und es ist aber so, dass jetzt hier der Bug, der hinten ist und vorne, dass echt tricky zu bauen sind, vor allem, dass es von der Form irgendwie gut ausschaut. Ich denke, das ist mir jetzt halbwegs gelungen. Da kommen natürlich noch Details hin, die das Ganze hier so ein bisschen verbinden und die Grundversion des schwebenden Schiffes steht. Wenn ich jetzt sehe, wie lang das Teil vorne ist, hätten wir ruhig das ganze Schiff weiter nach hinten bauen können. Ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, sag ich mal, war mir vorher nicht ganz so klar, als ich die Schiffform gebaut habe. Gefällt mir aber so ganz gut, auch mit der Berüstung, die hier ist. Viel höher wird das Schiff jetzt nicht. Was noch fehlt, ist tatsächlich die Kapitänskajüte, also wo der gute Captain, wie heißt der Sparrow, drauf sitzt und hier seine Kajüte und sein Kaffee trinkt und die Mannschaft hier kocht. Genau, also alle Piraten können jetzt hier reingehen und wir müssen jetzt hingehen und hier das einfach nochmal so ein bisschen auffüllen, damit es ein bisschen interessanter aussieht. Wir machen wie immer dasselbe Vorgehen. Wir gehen immer von so einem groben Design hin und verfeinern das Ganze und genau das werde ich jetzt hier auch machen, dass wir da was ganz schickes, schnickes, sag ich mal, hinbekommen. Hier an der Seite zum Beispiel können wir das jetzt so machen, dass das hier so ein bisschen sich hoch geht. Das ist ja meistens auch so, dass man hier irgendwie so hoch laufen konnte früher und damit haben wir jetzt ein bisschen das Deck schon angedeutet, was auch schon mal, denke ich mal, ganz cool aussieht. Ansonsten war es halt so, dass auf den Piratenschiffen meistens, jetzt muss ich mir mal kurz nochmal ein paar schöne Treppen machen, es natürlich auch so war, dass die eine Berüstung hatten, beziehungsweise den Steuerstand oder die Brücke obendrauf hatten, also ohne eine wirkliche Abdeckung. Das werden wir jetzt hier auch machen. Die ziehen wir jetzt einfach hier vorne mit ein, dass die sozusagen quer hier drüber liegt. Das Schiff ist soweit fertig. Sieht auch ganz cool aus. Fertig ist es nicht, fertig ist es und wir haben jetzt hier ganz schick und schnick mal rundherum einmal das Schiff designt. Es war ganz schön schwierig, dadurch, dass wir viele Slabs und Stairs Treppen verwendet haben, dass es hier überhaupt irgendwie passt und man noch Sachen anbringen kann. Wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, hier einmal das Schiff so zu gestalten, dass wir hier verschiedene Gewichte dran haben, die es am Boden halten und hier oben drüber fehlt natürlich noch der Ballon oder die beiden Ballons. Ansonsten sieht das jetzt schon mal echt, sag ich mal, aus wie so ein schwebendes Piratenschiff, tatsächlich ganz anders als das Wikinger-Schiff, was wir vor einiger Zeit schon mal gebaut haben. Und wir haben hier kleine Schießscharten gemacht, Öffnungen mit eingebaut, sodass es hier ein bisschen interessanter ist, Knöpfe platziert. Und wenn man jetzt hier hingeht, sehen wir auch schon den Namen der Attraktionen und zwar nennt sich das ganze Teil der fliegende Goldhändler. Hier gibt es das feinste Wolkengold. Und wenn man dann hier hochgeht, ist natürlich eine Einspielung an den fliegenden Holländer, sieht man schon, dass doch hier ein bisschen was gestaltet wurde, Steuerrad hier und da so ein paar Tienteils, aber jetzt auch nicht übertrieben, sag ich mal. Und wenn man jetzt hier runter geht, kommt man in die Schatzkammer und hier sieht man dann, was im Angebot sein wird. Eins der Gold für 32 Emeralds ist natürlich jetzt noch nicht da. Das gleiche auch hier an dieser Stelle. Und was wir noch gesagt haben, ist, dass wir für die Goldfarm ein Ticket machen. Hier machen wir es so, dass man das hier im Shop kaufen kann für 16 Emerald Blöcke. Das heißt, der Shop ist zwar noch nicht befüllt, das Boot steht aber, die Kapitänskajüte, wo der Kapitän, also ich hier drinne bin, ist auch schon mit angelegt. Und das heißt, das Schiff steht, der Untergrund, ich sag mal hier so, die Optik, wo das Ganze hier sein soll, steht auch schon. Und jetzt müssen wir nur noch hingehen, nur noch in Anführungszeichen, und den großen Baden-Low-Bau. Das Dach steht, beziehungsweise es schwebt. Glaube ich eher. Und damit haben wir jetzt hier einmal den Ballon oben drauf gesetzt. Ich habe den nochmal abgerissen, wie ihr gesehen habt. Zwei Blöcke breiter und zwei Blöcke weiter gemacht. Länger und breiter gemacht. So, dass wir jetzt hier eine entsprechende Größe haben, die meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut hier zu diesem Schiff passt. Das schwebt aber jetzt hier noch rum. Irgendwie ist hier noch eine Verbindung. Oben drauf ist alles mit Teppichen ausgelegt, dass uns nicht die Monster auf den Kopf fallen. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das schön anbinden, ein bisschen verkleiden, ein bisschen schicker machen. Und das ist jetzt die nächste Mission. Das ist jetzt die nächste Mission. Arrgh! Arrgh! Im Nachgang, das war ein bisschen doof, dass ich das erst im Nachgang gemacht habe, die ganzen Halterungen drum zu bauen. Das war wirklich eine ganz besondere Herausforderung. Aber jetzt ist es endlich geschafft. Und wie ihr gerade auch schon sehen konntet bei den Cinema Shots Aufnahmen, sieht das Ganze ganz, ganz gut aus meiner Meinung nach. Und wir haben hier jetzt ein wirkliches Piratenschiff, natürlich auch mit dem Banner. Das heißt, es ist, glaube ich, hier ganz klar erkennbar, dass hier ein Pirat drauf haust. Ja, man sieht's, man sieht's, man sieht's. Der ein oder andere Totenkopf ist da. Und der Pirat hat natürlich seinen Goldschatz mit an Bord. Und den verkaufen wir hier. Und damit haben wir jetzt hier die Geschichte des fliegenden Goldhänders, feinstes Wolkengold. Und die Piratengeschichte soweit fertig. Das Schiff war, wie gesagt, echt cool zu bauen. Hab ich noch nie gemacht. Ich bin super gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ob mir das gelungen ist oder nicht, das müsst ihr mir unbedingt mal wissen lassen. Und jetzt ist es an der Zeit, hier einmal die Tür zuzumachen. Und endlich unseren Shop das erste Mal initial zu befüllen. Wir haben gesagt, ein Stack Gold, 32 Emeralds. Das müssen wir als erstes erstmal hier rausbekommen, das ganze Gold, was wir hier haben. Und dann schauen wir mal, wie viel wir hiervon reintun können. Ein Stack, hm, hab ich schon gesehen, ist vielleicht etwas günstig. Deswegen machen wir hier einfach halbe Stacks rein und passen dann die Nachrichten nochmal an. Beziehungsweise die Einnahmen und Kosten passen wir hier nochmal ein bisschen an. Damit wir hier dann auch einen halbwegs guten Preis haben. Das heißt, wir machen hier aus 1 machen wir einfach ein halbes Stack Gold. Und damit sollte dann der Preis auch passen. Nachdem jetzt auch die letzte Kiste zumindest teilweise mit Gold gefüllt ist, haben wir hier den Shop schon mal befüllt. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Ticket für die Goldfarm. Auch das ist eigentlich ein bisschen günstig, dass man da echt innerhalb von, ich glaube, einer Viertelstunde das Gold wieder rausholen kann, was man sonst hier ausgeben würde. Deswegen erhöhen wir das ein bisschen auf 24 Emeraldblöcke. Hier hat anscheinend schon jemand das gekauft. Keine Ahnung, wer das war. Ganz lieben Dank. Jetzt tun wir hier einmal das Ticket rein. Ich habe jetzt einfach ein paar Zettel umbenannt. Tagesticket Goldfarm. Und tatsächlich, wir haben in der ersten Folge hier oder unserer ersten Shop-Folge hier schon direkt die ersten Einnahmen generiert. Mega. Freut mich, freut mich, freut mich sehr, muss ich sagen. Das heißt, das Geschäft läuft gut an. Der Pirat kann glücklich sein. Und jetzt tun wir den Kram erstmal hier rein. Wir müssen uns irgendwie nochmal, das mache ich aber, nach dieser Folge hier nochmal eine Ender-Chest holen, die wir unten platzieren, sodass die Leute hier auch gut ihr Kram ausgeben können. Und damit soll es das jetzt gewesen sein. Für mich eine super spannende Folge. Super viele coole neue Sachen dabei, die ich so vorher noch nie gebaut habe. Und ich fühle mich hier auf dem Piratenschiff als Kapitän, als Pirat, auch hier mit dem Monockel, ganz wohl. Und ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Falls ja, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Lasst einen Kommentar für mich da oder den Algorithmus. Das unterstützt mich immer sehr. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Und ich sage jetzt an der Stelle, Dankeschön fürs Zusehen. Vergesst nicht den Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.